Hallo, grüß euch. Wir sind heute bei mir daheim in der Fuschelseeregion, und zwar direkt am Fuschelsee am Hoferstrand. Das ist der Strand mit dem langen Steg, den ihr bestimmt schon von vielen Drohnenaufnahmen kennt. Wir zeigen euch heute ein paar Eindrücke vom frühlingshaften Fuschelsee, und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020